Übrigens hier noch mit Pornosucht. Da gab es nämlich auch einige, die das sehen wollen. Gut, da müsste man auch sehr, sehr weit ausholen. Ich sage es jetzt einfach mal so. Also ich persönlich war noch nie so der super krasse Konsument von sowas, weil ich schon immer irgendwie die Stars oder sowas da irgendwie nicht so, keine Ahnung. Ich fand es irgendwie komisch. Ich kann es auch nicht genau sagen, woher das kommt. Und heute kann ich es vielleicht ein bisschen mehr präzisieren, indem ich sage, wenn man sich die jetzt mal so anguckt, dann die Damen da, also die Mädels, die sehen ja schon ganz schön männlich aus. Ziemlich maskulin, wenn man mal ganz genau hinguckt. Und ganz interessant, Schulterbreite, Armlänge, was für Pranken die teilweise haben. Interessant. Warum das so ist, kann ich euch nicht sagen. Das weiß ich nicht. Manche würden jetzt sagen, ja, das sind ja Transgender. Ja, möglich. Aber kann man das zu 100 Prozent wissen? Nein, kann ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich halt eher auf weibliche Frauen stehe. Die können auch ruhig sehr schlank sein, aber die müssen halt schon auch weiblich aussehen. Und ich meine, jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet euch wirklich diese Filmchen da reinziehen. Und ihr seid jetzt vielleicht gar nicht bisexuell oder gar nicht schwul oder so. Und ihr zieht euch da rein und das ist vielleicht gar keine richtige Frau. Wobei Frau ist auch wieder so eine Sache. Anrede für Personen, Herr und Frau, bla bla. Ist ja sowieso schon in gewisser Weise fiktiv. Aber sagen wir mal, es ist kein richtiges Vibe, um das mehr zu präzisieren. Eventuell, jedenfalls nicht in dem Sinne, was normalerweise wirklich ursprünglich weiblich ist oder wie auch immer. Dann wäre das ja schon sehr heftig. Also, und da ich nicht auf Typen stehe, würde mir, glaube ich, dann ziemlich schlecht werden bei dem Gedanken. Nur mal so als Hinweis. Und da könnte man zum Beispiel dann drüber sprechen in so einer Sendung. Und es gibt ja auch christliche Kanäle, die was dazu gemacht haben mit Pornosucht oder sowas. Und dass Leute nicht davon wegkommen. Und ich würde sagen, mein Ansatz, zumindest mal, wenn einem da irgendwann gewisse Sachen auffallen, wenn man nicht völlig blind ist dafür, dann, ja, vielleicht ist man da plötzlich schneller davon weg, als man denkt. Weil ich kenne nämlich jemanden, der war da halt schon richtig krass. Also, wenn ihr zu dem gegangen seid, ne, und PC, ne, immer irgendwelche Pornoseiten auf, ne, oder immer was runtergeladen. Und irgendwann ist ihm da auch mal ein bisschen was aufgefallen. Okay, ich muss zugeben, ich habe auch einen oder anderen Hinweis gegeben, aber, und es hat doch lange gedauert, aber irgendwann war der wirklich an dem Punkt, da konnte er sich halt nicht mehr reinziehen. Der hat sich dann irgendwann das doch wieder reingezogen, aber das ist nicht mehr so extrem wie früher, lange nicht mehr. Und es ist interessant, also, was so gewisse Erkenntnisse oder was bewirken können. Und, keine Ahnung, bevor ich mir da irgendwelche maskulinen Mädels reinziehe, dann werde ich lieber gleich schwul. Also, ja, gut, wobei selbst die Schwulen, ne, also, ich meine, wenn die sich dann da irgendwie Typen reinziehen und die auch irgendwie sehr feminino aussehen, da auch, vielleicht ist das ja dann das Gleiche in Grün. In gewisser Weise, ey, scheiße, ne. Ja, aber wie gesagt, das, das weiß man halt nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Und da haben schon Leute Sendungen gemacht über das Thema. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass in diesen Sendungen zum Teil nur oder fast nur Transgender drin waren. Also, diejenigen, die dann darüber aufklären, hier, guck mal, ne, so und so, oder wenn das überhaupt Transgender, ich weiß es nicht, vielleicht ist es ja auch irgendwas ganz anderes, ne. Aber, ne, ich könnte mir das, ich könnte mir das wirklich vorstellen, ne, dass gerade hier, oh, wir sind die Aufklärer, wir klären hier auf, ne, und in Wirklichkeit sitzen nur solche Leute da drin und es ist die absolute Verhöhnung, ja. Könnte ich mir zum Teil vorstellen, dass es schon sowas gab. Weiß ich das? Nein. Vorstellen kann ich mir vieles. Ich habe eine sehr lebhafte Fantasie, aber das muss ja nicht immer alles so treffen, ne. Ich wollte es nur mal kurz angesprochen haben, nochmal. Ja. Was? Die Frauen sehen aus, die Männer, welche Pornos guckst du, ja, ich kann dir nur sagen, guck dir doch mal irgendwelche Pornostars an oder so, ja. Guck dir, wie gesagt, vielleicht hast du da nicht so den Blick dafür, aber, ja, vom Knochenbau her schon eher maskulin. Ich sage jetzt nicht, dass sie einen Penis haben oder so, davon ist nicht die Rede. Ich sage ja, sie haben einen sehr maskulinen Knochenbau überwiegend. Kannst du jetzt natürlich drüber lachen und ha, 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 ne. Jo, du kannst ja gerne einen Wichsen auf Typen, ja. Von mir aus. Oder es spielt ja auch gar keine große Rolle, ja. Ich sage ja nicht, dass es Typen sind, aber im Ursprung, aber die sehen halt für mich nicht aus wie Frauen, also wie Weiber, verstehst du, was ich meine? Ja. Und wenn es halt wirklich so wäre, dass das nicht im ursprünglichen Sinne wirklich, sie halt nicht wirklich weiblich wären, dann wäre das schon eine ziemlich krasse Veröhnung. Also ich könnte mir vorstellen, dass sich da Leute, manche dafür ins Fäustchen lachen, wie dann da Leute da vom Bildschirm sitzen, ja. Versteht ihr, was ich meine? Ich würde mir da irgendwie ein bisschen verarscht vorkommen, ja. Ja. Ja, ihr vielleicht nicht, weil... Nur, da tappt ihr doch nicht gerafft, die meisten von euch, glaube ich. Weil viele denken ja von euch, nur weil ihr euch etwas nicht vorstellen könnt, könnte es das nicht geben, ne. Nur, da liegt der leider falsch. Wenn es so ist, dann ist es so. Und wenn es nicht so ist, dann ist es nicht so. Ganz einfach. Und ich sage ja lediglich das, was mir aufgefallen ist, ja. Und das fällt halt nicht nur bei Pornostars auf. Das haben wir aber alles schon durch in den Sendungen, ja. In Filmen und Fernsehen. Und, und, und. Ja. Was das wirklich zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Aber es fällt halt einfach auf. Ne. Ganz einfach. Vielleicht hat es doch gar nichts zu bedeuten. Aber ich finde halt einfach das abtörend, wenn eine zu maskulin aussieht. Ganz einfach. Da kann ich mir doch gleich einen Typ suchen. Das ist doch so. Ja. Aber ich denke, es gibt halt einfach Sachen, die sind so krass oder so. Das ist für die meisten von euch einfach zu viel. Das ist, ich kann das aber verstehen. Ich verstehe das. Das ist ja auch sehr heftig. Ja. Ich sage ja nur, dass nach meinem Dafürhalten diese Welt viel, 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 viel unnächter ist, als ihr es euch auch nur im Entferntesten vorstellen könnt. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Also ich weiß es nicht. Aber es wäre halt möglich. Ja. Was ist denn jetzt schon wieder los? Guckst du, starken Schlammcatcher? Wabawach. Was ist denn Blödsinn? Was? Entweder Transgender oder der Charakter formt den Körper. Der Mensch besteht überwiegend aus Wasser. Ist also fluide. Das Element Wasser steht auch für Lüge, Täuschung. Ja. Und es gibt immer eine passende Erklärung für alles. Eva wurde ja aus der Ritte Adams geschaffen. Weib gleich göttliches. Gen-Engineer. Ja, 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 genau. Davon ist jetzt aber nicht die Rede. Ja. Es gibt leider immer wieder Leute, die nie richtig gelernt haben, sich zu beherrschen und ständig Porno schauen müssen. Siehe auch Marshmallow-Effekt. Ja. Das ist aber, wie gesagt, der heftigste Punkt noch. Also den ich da jetzt angesprochen habe und den bedenken viele gar nicht. Aber das hat noch ganz, ganz andere Effekte oder sowas. Zum Beispiel derjenige hat auch die ganze Zeit nie einen abgekriegt oder so, weil es ist doch klar. Ich meine, ich sehe da halt auch einen Zusammenhang damit. Und, 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 und. Ja. Aber wie gesagt, ich fand das damals schon irgendwie und ich habe mir das damals irgendwie anders erklärt. So als Jugendlicher oder so. Da habe ich halt gedacht, okay, jetzt sind vielleicht viele Osteuropäerinnen und so und bei denen ist das halt, versteht ihr, was ich meine? Aber heute sehe ich es nochmal aus einer ganz anderen Perspektive. Also, achtet mal einfach auf die Hände. Einfach nur mal auf die Hände achten. Der Wahnsinn. Zum Teil. Ja. Ja. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wer das kommt, was das ist. Ja. Keine Ahnung. Was das sein könnte, haben wir in den Sendungen schon besprochen. Aber ob es so ist, wie sollte man das denn nachweisen? Versteht ihr, was ich meine? Und nur, weil etwas so aussieht, heißt es noch lange nicht, dass es so ist. Und der Mann ist das Originalgeschlecht. Nee. Also, ich weiß nicht, was du jetzt damit meinst, aber ich finde, dass die Männer, die man da sieht, oder auch in Filmen, auch ganz normale Filme, es geht ja nicht nur um die Pornoindustrie. Nur da ist es halt die größte Verhöhnung, wenn es so wäre, dass das vielleicht nicht echt wäre. Aber auch in normalen Filmen siehst du auch, dass die doch sehr, sehr, sehr feminin häufig aussehen. Ich habe mal irgendwie mit einer Germany's Next Topmodel geguckt und wann waren das gewesen? Ich glaube, irgendwie letztes Jahr oder so, wo dann eine dann gesagt hat, sie wäre irgendwie Transgender und da habe ich gesagt, die haben wohl jetzt den Unterschied zu den anderen. Und mit der habe ich auch gesprochen, dass die doch schon sehr, sehr, sehr maskulin aussehen. Und der Einzige, der wirklich feminin ausgesehen hat, war ein Typ, der da saß in der Jury. Ja. Also, ja. Das können doch von mir aus echte Mädels sein. Aber ich könnte niemals mit einer schlafen, die so männlich aussieht. Ja. Das tönt mich einfach ab. Ich stehe da nicht so drauf. Aber da ist ja jeder anders. Vielleicht steht ihr ja gerade auf solche. Und das ist auch völlig okay dann. Die Kromosionen, wie siehst du denn, bestimmt das Geschlecht, sind unmanipulierbar. Ja, aber du weißt doch gar nicht, welches Geschlecht das wirklich ist. Verstehst du? Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, dass du das schon vor der Geburt switchen kannst, ab einem bestimmten Punkt. Ja. Oder bis zu einem bestimmten Punkt. Ja. Und dass du dann halt eben, solltest ursprünglich mein Junge werden, kommst du aber als Mädchen auf die Welt. Auch mit entsprechenden Geschlechtsorganen. Aber dein Knochenbauer stimmt trotzdem nicht überein. Der ist trotzdem der eines Jungen. Verstehst du? Könnte ich mir vorstellen, sowas. Und dass das auch kein neues Thema ist, sondern ein sehr, sehr, sehr altes Thema. Keine Ahnung, wie man das beeinflussen kann. Vielleicht durch ganz einfache Mittel, die sich uns vielleicht nicht erschließen. Ja. Keine Ahnung. Ich sage ja nur, dass ich das nicht ausschließen kann. Wie das wirklich ist, das kann ganz anders sein. Ja. Und das ist ja auch nur meine Wahrnehmung und die ist sehr subjektiv. Ja. Nein, die denken nicht so weit, dass die über einen verarschten, armen, wichsenden Lachen könnten. Die wollen die Kohle und den Fame reichen. Das ist schön. Das ist schön, dass du immer alles weißt, was, oder dass du das weißt, was andere Leute, ich weiß das nicht. Ja. Die germanische Frau von heute muss eben stark unfruchtbar sein. Okay. Ja. Von mir aus. Ja, keiner möchte mit Frauen schlafen, die männlich aussehen, aber das kommt ja kaum vor. Ja, aber die ganzen Leute, die sich doch zu den Filmchen reinziehen und die sehen schon, also ich meine, die meisten Leute wissen ja auch gar nicht, die kennen ja auch nichts anderes. Verstehst du, was ich meine? Weil die sind ja schon ihr ganzes Leben lang durch die Filme, also normale Filme auch, die denken ja vielleicht, das wäre normal. Ja? Und wenn die dann vielleicht mit einer schlafen, die wirklich mal aussieht wie ein echtes Vibe, dann denken die, was ist denn das? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, wie gesagt, ich finde, ich bin da auch, ich finde das auch sehr beruhigend, dass ich das damals irgendwie schon strange fand. Ja? 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 Weil ich mir das durch ganz andere Dinge erklärt habe damals, was da vielleicht woran das liegen könnte, aber da bin ich echt froh drüber, ohne Scheiß. Also, Wie gesagt, das ist natürlich alles, das weiß man nicht. Und ich finde es auch zum Teil unseriös, da einfach zu behaupten, ja, das wäre jetzt so und so, weil da macht man sich auch zum Teil sehr weicherdig damit, weil das weiß man ja nicht. Also, versteht ihr, was ich meine? Vielleicht ist das ja auch ganz was anderes, wo wir einfach nur nicht drauf kommen. Aber Fakt ist, egal was es ist, ich stehe nicht drauf. Ja? Und in manchen Fällen ist es sogar total krass. Ja? Ich glaube, das ist ein Thema, ja, was soll ich noch sagen, da geht es, glaube ich, noch sehr, 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 sehr weit runter, den Kaninchen bauen. Und das ist nur sehr, sehr oberflächlich, was ich da gerade gesagt habe. Aber es hat trotzdem auch nicht aufsachzulassen, also zumindest nicht für mich. Was schreibt es hier, Weib oder Frau? Ja, Mann und Weib, Herr und Frau. Die Frage ist, was ist eine richtige Frau? Wenn man es wirklich auf die Spitze treibt, dann kann man ja sagen, dass das ja Herr und Frau Anreden für Personen sind und eine Person ist ja in gewisser Weise auch irgendwie schon fiktiv, ja? Und dass man da sogar sagen kann, jemand, der Transgender ist, dass es ja trotzdem in gewisser Weise, wenn man es so sieht, auch trotzdem eine Frau ist, aber eben kein echtes Weib dann halt, ne? Wenn das ursprünglich mal ein Mann sein sollte oder, ne? Deswegen, das ist auch schwierig, ja? Es ist auch immer interessant, auch wenn Leute zum Beispiel mit gefährlichem Halbwissen, die dann sagen, nein, ich bin keine Person, ich bin ein Mensch. Jetzt, ob der Begriff Mensch nicht auch schon längst belegt wäre. Kauft euch mal irgendwie das Krimsche Wörterbuch oder kauft euch mal dieses, oh, wie heißen es noch? Black Dingsbums Law, ich muss jetzt nochmal gucken, wie es heißt. Wie Begriffe irgendwo definiert sind, das ist zum Teil der Wahnsinn. Aber das ist jetzt wieder ein anderes Thema. Also ihr könnt euch da, ich kann euch nur sagen, dass ihr euch da, wenn ihr euch da nicht wirklich bestens auskennt mit gewissen Sachen, dann könnt ihr euch super krass in die Scheiße reinreiten. Das ist aber auch das, was ich mal sagen wollte in diesem Video hier mit dem Schachmatt, der Weg in die Hölle ist gepflastert mit guten Absichten. Und das haben mir, glaube ich, auch viele Leute übel genommen. Also das, dass ich da vielleicht mit gewissen Infos nicht so ohne weiteres in der Öffentlichkeit rausrücken wollte. Aber ja, das ist halt so. Wenn in der Zukunft Geschlechtsumwandlung perfekt funktionieren, dein Mann danach, wie perfekt, wie eine Frau aussieht, titten, alles, würdest du mit ihm schlafen? Also wenn ich das jetzt nicht wüsste, ja, und das wirklich alles so perfekt aussehen würde und ich würde jetzt und alles andere auch, also alles wirklich, bis ins Detail auch, dann wüsste ich das denn nicht und ich jetzt diejenige oder du kennenlernen würdest, verstehst du, was ich meine? Dann wahrscheinlich schon. Aber, keine Ahnung, wenn derjenige mir das dann erzählen würde, dann fände ich es schon irgendwie, ich weiß nicht, würde ich dann wahrscheinlich danach nicht mehr machen. Ich fände es halt irgendwie komisch, ich, keine Ahnung, verstehst du, ich weiß nicht, weil mir das irgendwie dann nicht mehr echt vorkäme, ja, irgendwie fake, und fake finde ich ziemlich abtörend, ja. Der ist auch immer schlimmer geworden bei mir in den letzten Jahren, ne, also so, auch welche, die, wo ich, ja, wo ich halt öfter mal den Begriff höhenverbrannt benutze, ne, also das ist echt, das kann sehr, also das kann sehr abtörend sein, da kann jetzt eine noch so hübsch sein, aber wenn das wirklich eine ist, die komplett höhenverbrannt ist oder, oder so, ein Zeug da von sich gibt, wie, wie können die Leute denn nur auf die Idee kommen, jetzt zu Corona-Zeiten an die frische Luft zu gehen, die, die denken jetzt einfach, sie müssten rausgehen, das geht ja wohl nicht, ne, nur weil die Sonne scheint, also zum Beispiel so eine, die würde ich doch mit der Kneifzeuge nicht mehr anfassen, egal wie geil sie aussieht, ja, versteht ihr, was ich meine? Auch wenn sie vielleicht absolut recht hat nach, in den Augen gewisser Leute, ja, trotzdem, versteht ihr? was das schädliche Plastik trägt zum Beispiel dazu bei, dass bestimmte Stoffe im Körper produziert werden und Männer etwas mehr Brüste wachsen, vielleicht meinst du sowas, was die Richtung, nein, das meine ich nicht, ich meine den Knochenbau, das meine ich, das, was ich sage, ist auf den Knochenbau bezogen, du kannst ja mal gucken, wer normalerweise längere Arme hat, Männer oder Frauen oder wer normalerweise auch längere Finger oder größere Hände hat, Männer oder Frauen und wer normalerweise einen längeren Torso hat, Männer oder Frauen verstehst du, was ich meine? Aber glaub mir, das ist ein Thema, das musst du jahrelang auf dem Schirm haben, das ist, das geht nicht von heute auf morgen, mir hat das mal früher jemand erzählt und da habe ich auch gedacht, das war ja sogar für mich wirklich, ich meine, ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich es ausschließe, aber das war trotzdem sehr, sehr schwer verdauliche Kost, ganz ehrlich und da, das ist nicht so einfach zu verdauen, das ist sehr, 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 das ist ja auch, das ist ja auch total krass, das Ausmaß allein schon, wenn das so wäre, das wäre ja der Wahnsinn, ne, aber ich sage ja gar nicht, ich sage ja nur, dass das halt so aussieht, ne, zumindest für mich, warum auch immer, ne, vielleicht fällt es ja dem einen oder anderen mal auf, ne, und zum Beispiel, was der Typ sich da andauernd reingezogen hat, da fand ich das zum Teil wirklich schon ganz extrem, oder die Medikamente, was er ja, das mag schon sein, dass das da auch eine nicht unerhebliche Rolle spielt, ne, ja, Männer und Frauen sind beide Homo Sapiens, es gibt natürlich Ähnlichkeiten, aber sowas tönt mich nicht ab, ja, das ist ja gut, dass sich das nicht abtürnt, ja, also ich sage da ganz ehrlich, wenn ich mir andauernd solche Filmchen reinziehen würde und es käme irgendwann mal raus, dass ich mir da einen auf Typen mehr oder weniger gewichst hätte, ich glaube, dann würde ich kotzen, ne, und da hat sich, glaube ich, der eine Typ da auch gedacht, der so pornosüchtig war und die ganze Zeit immer Pornoseiten auf hatte, wenn man zu dem gekommen ist und alles, ich glaube, deswegen ist ihm auch mal irgendwann schlecht geworden, ja, weil er halt nicht schwul ist, wenn er schwul wäre, ist ja kein Thema, wobei, wie gesagt, und wenn man schwul ist, dann will man ja auch einen richtigen Typ dann vor sich haben und nicht einen, der dann doch irgendwie Titten hat und versteht, was ich meine, ja, Männer und Frauen, das soll jetzt auch nicht abwertend sein oder sowas, ne, und das ist ja auch teilweise, ohne Scheiß, es gibt da YouTube-Kanäle, ne, da ging es dann irgendwie drum, äh, ich weiß nicht mehr, wenn es da ging, Marilyn Monroe oder war es, äh, egal, und wo, wo dann auch Lieder irgendwie kamen, hier vielleicht auch von Mr. E war das, glaube ich, was auch irgendwie ein bisschen verhöhend auch war oder so und das finde ich jetzt auch nicht unbedingt so angebracht, ne, selbst wenn das jetzt so wäre, versteht ihr, was ich meine? Ja, aber gut, das muss für jeder selber entscheiden. Äh, ja, Männer und Frauen sind beide, da haben wir schon, durch was soll der Knochenbau beeinflusst werden? Das, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ja? weil du vielleicht dann mal ursprünglich ein Mädchen werden solltest und das halt irgendwie genetisch so angelegt ist, dass du halt dann, was weiß ich, in der fatalen Entwicklung, dass du dann irgendwann halt dazwischen, ich habe keine Ahnung, das sind ja alles nur Ideen, aber ich sage ja nicht, dass das so ist, ich sage ja noch nicht mal, dass da überhaupt irgendwas dran ist, ich sage ja nur, dass das so aussieht, verstehst du? Ganz einfach. Ach so, du glaubst, du Männer geben sich als Frauen aus, ein Porno, ja, das wäre ekelhaft. Ja, ich kann es jedenfalls nicht ausschließen, also jedenfalls, die sehen halt für mich aus, ja, und ich, 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 ich glaube auch nicht, dass, wenn das so wäre, dass das jetzt irgendwie alles nur durch OP ist oder sowas wäre, ja, glaube ich nicht, wobei, ich weiß es nicht, Leute, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das schon vor, vor der Geburt vielleicht möglicherweise beeinflussen kann, ich will euch da jetzt nicht irgendeinen Schwachsinn erzählen, ja, versteht ihr? Ich kann mir so vieles vorstellen, ich kann mir vorstellen, dass es Aliens gibt oder so, ja, aber gibt es die wirklich? Ne? Also verwechselt hier bitte nicht eine lebhafte Fantasie mit Tatsachenbehauptung, aber ich beobachte das schon seit Jahren und ich finde es jetzt sehr auffällig. Wie gesagt, wodurch das hervorgerufen wird und was das ist oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber das ist eh ein Thema, was, muss ich leider sagen, für die meisten von euch eh zu heftig ist. Ja? Zumindest mal, wenn ich sowas anspreche, wenn gewisse andere Leute das machen, da geht es für die meisten noch, aber das ist halt dann, ja, ist jetzt auch für mich momentan nicht so der primäre Punkt, könnte aber so ein Opener sein beziehungsweise, wenn es darum geht, die Welt, in der wir leben, zu durchschauen, wie groß die Täuschung möglicherweise ist. Ja? Aber, ja, wie gesagt, halten wir einfach fest, ja, ich stehe da halt einfach nicht drauf. Ob echt oder nicht. Kannst du machen, dass der Chat nicht so hinterher hängt? Oh, keine Ahnung, was stimmt da nicht? Ich wusste das auch übrigens gar nicht, dass da so ein krasser Delay drin ist. Aber nochmal danke für den Hinweis. Aber ich denke, ich mache jetzt eh nicht mehr lang, ja. Ich meine, es ist eh schon so ein Thema, womit man sich schon sehr lächerlich machen kann oder auch was auf sehr viel Unverständnis stoßen kann oder auch meistens auch stößt. es kann sehr, sehr, sehr unkleber sein, so etwas anzusprechen. Allerdings, andererseits kann man sowas schon noch hin und wieder mal erwähnen. Ja. Weil das hat für mich irgendwie auch mit zu den wirklich heißen Themen dazugehört. Und guckt euch auch mal eure sogenannten Truther an. Also wie gesagt, das Thema, das führt sehr, sehr, sehr weit in Kaninchenbau runter, was ich da gerade angesprochen habe. Ja. Extrem heftig. Was? Mindestens 30 Sekunden, eine Minute. Das ist echt lang. Warte mal. Ja. Ich gucke mir jetzt einfach mal meine eigene Sendung an. Und ich bin da vorhin in einem anderen Chat drin gewesen. Jetzt scheint sie aber nicht mehr so krass hinterher zu hängen. Das ist interessant. Moment. Ja, aber wie gesagt, wir hatten das Thema ja schon. Damals schon. Das ist öfter mal. Ja. 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 Deswegen ist es ja wirklich nichts Neues. Und wenn ihr das sagen könnt, nee, da ist auf gar keinen Fall was dran und bla 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 und das sieht doch nicht so aus, ja, dann ist das halt eure Wahrnehmung. Wie es in Wahrheit ist, weiß ich nicht. Man könnte es ja messen und herausfinden, ob wirklich etwas dran ist, Ursachenforschung betreiben und so weiter, um diese Täuschung zu entlarven. Aber ohne das machst du dich, wie gesagt, lächerlich. Nee, das sehe ich nicht so, dass ich mich lächerlich mache. Und weißt du auch warum? Weil ich hier keine Tatsachenbehauptung aufstelle, weil ich einfach nur euch meine Wahrnehmung mitteile. Ja. Und das ist alles andere als lächerlich. Ja. Wenn ich jetzt euch hier sagen würde, nee, das ist definitiv so und so und so, da könntet ihr berechtigterweise die Frage stellen, woher willst du denn das wissen? Das mache ich aber nicht. Verstehst du? Scheiße, ne? Dumm. Ansonsten könnte es auch wieder so ein typisches Ablegungsmanöver sein, was unnötig aufgeblasen wird. Und jetzt Wissenschaft zu klären ist immer gut, ja. Das ist ja die Frage auch nochmal, was du unter Wissenschaft verstehst, wissenschaftlich. Und ja, ich denke halt, dass, ja, guckst du einfach an, ja. Das ist ja auch schon so eine Art Selbstzensur, ne? Wenn man dann sagt, nö, das kannst du nicht mehr ansprechen und das und das und das und das und das. Obwohl das jetzt irgendwie noch nicht mal unter Strafe gestellt ist oder so, oder jetzt man wirklich nicht seinen Kopf riskiert, in der Regel. Ja, und da denke ich mal auch, was soll das? Und wie gesagt, das wurde jetzt schon lange nicht mehr angesprochen, und irgendwie bin ich jetzt halt nochmal drauf gekommen. Genau, wegen dem Thema Pornosucht. Ja. Oh! Ey, hier, FR 87, Skull & Bones. Supergeil. Supergeil. Fällt da was auf? Merkst du was, Skull & Bones? Ey, so was sie gerade eben da geschrieben ist. Also jetzt nicht nur die Geheimgesellschaft, Skull & Bones. Auf die spielst du wahrscheinlich an. Aber überleg doch mal. Skull & Bones. Hä? Am Schädel und an den Knochen siehst du es. Das ist doch das, über was ich gerade eben gesprochen habe. Der Knochenbauer. Ist anders. Ja? Also, könnte ein Hinweis sein. Ja? Oder auch nicht. Wie gesagt, aber das Thema, das ist, da kommst du eh nicht wirklich ran. Ja? Äh. Du weißt das einfach nicht. Und selbst, wenn du das dann wüsstest, dann... Da wurde ja auch zum Teil auch mehr oder weniger auch eine Entmenschlichung betrieben, ja? Was das angeht. Es sei denn natürlich, es sei denn natürlich, das wären gar keine Menschen. Ja? Ja, sondern irgendwas anderes. Dann, okay, ne? Aber, äh... Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass es Menschen sind, dann... Wenn ich mal so den einen oder anderen angehört habe, wo es dann einfach... Da ist dann die Rede von Creatures und sowas und... Oder wo zum Teil, ja, wo es schon ein bisschen die Richtung ging, denen halt menschliche Rechte dann abzusprechen oder so. Und das ist halt auch heftig. Ja? Ja? Also... Und ich weiß ja nicht, mit welchen Frauen ihr bisher so geschlafen habt, aber ich muss sagen, dass, äh... Diejenigen, mit denen ich was hatte, die hatten nicht solche riesen Pranken, die hatten noch nicht so riesen Füße, die hatten nicht so mega lange Arme, die hatten nicht so einen langen Torso, die hatten auch zum Teil nicht so einen riesen Schädel, wobei, da ist es schon schwierig, ja? Äh... Und die hatten auch keinen Adams-Apfel. Ja? Was da die eine oder andere, wo das doch schon stark in die Richtung geht. Das ist echt geil. Ja? Und das muss dann auch nicht unbedingt ein Transgender sein oder was auch immer, aber wenn jetzt eine so aussehen würde und selbst wenn die hundertprozentig weiblich ist, dann würde ich einfach nicht drauf stehen, ne? Und das ist halt einfach der Punkt, ne? Dass ich einfach auf diese Merkmale, die ich jetzt genannt habe, nicht stehe, ja? Und das sind für mich halt eher Merkmale, die ich eher mit einem Mann assoziieren würde, ja? Als mit einem Vibe. Aber ihr könnt das gerne anders sehen. Ja, das ist auch völlig okay. Ja? Was ist doch in Ordnung und auch mal Vermutungen anzustellen, aber leider investieren Menschen sehr viel Zeit in Themen, die gezielt als Ablehnung platziert wurden und vernachlässigen michere Themen. Ja, die Frage ist, was ist wichtig und was nicht, ne? Wer weiß das, ne? Also, wie gesagt, wenn da was dran wäre, dann wäre das ja schon wirklich eine ultrakrasse Täuschung, ne? Ja, wie gesagt, und für mich ist jedenfalls mal insofern was dran, dass es zumindest sehr seltsam aussieht, ne? Ja. Aber vielleicht hattet ihr ja noch nicht so viele Frauen im Leben, ich weiß es ja nicht. Ich meine, ich habe da jetzt auch nicht einen Verschleiß, dass ich da irgendwie, keine Ahnung, jede Woche da ein anderer gehabt hätte oder was. Äh, aber vielleicht ist ja klar, ne, wenn man natürlich eh keine abkriegt, dann wird man nicht so viele, äh, echte Frauen vielleicht, oder zumindest mal, wo man jetzt halbwegs mal sagen kann, okay, ne, dann auch nicht gesehen haben, ne? Wenn man natürlich dann nur so welche gesehen hat auf dem Bildschirm, dann kommt einem das vielleicht nur normal vor. Ich weiß es ja nicht, keine Ahnung. Also, oder wenn man jetzt vielleicht nur zwei, drei Mädels hatte im Reel, ich habe keine Ahnung, ne? Damit will ich euch ja nichts unterstellen, ne? Ist jetzt nur einfach so ein Gedanke, der mir jetzt kam. Ja. Ja, aber diese Welt, in der wir leben, ist oben, halt häufig unten, ja? Viele ist so spiegelverkehrt, ja? Und wenn ihr mich fragt, zumindest kommst du mir so vor, und das würde halt auch in gewisser Weise auch dazu passen. Ja? Ja. Ja. Wie gesagt, es ist nicht nur in Pornofilmen so, es ist nicht nur in der Filmindustrie so. Wir sehen es auch in der Truth-Herz-Szene, ja? Wir sehen es auch bei Influencern, ja? Das ist ein riesiges Thema, riesig. Es kann dann einfach sein, dass bei bestimmten Figuren das halt einfach normal ist, oder gang und gäbe. Ja, ja? Und dass man vielleicht gewisse Figuren auch unter anderem daran identifizieren kann, beziehungsweise dass es einem zumindest Hinweise gibt. Und diese ganze Scheiße, ja? AfD, Tradition, Deutschland, ja? Traditionelle Werte, konservativ, all das würde zusammenbrechen, wenn die Leute auf die Idee kämen, die Alice Weidel, die sieht aber gar nicht so wirklich weiblich aus, oder der Pian Höcke, und, 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 ja? Und es geht noch viel weiter. Und deswegen ist das gar nicht mal so unwichtig. Und vielleicht könnte man ja einiges daran erkennen, ne? Wenn man sich noch ein bisschen mit Symbolik befassen würde, vielleicht würde einem da noch viel mehr auffallen, ne? Vielleicht würde einem die Farbgebung auffallen. Blau und rot. Vielleicht würde einem der Pfeil irgendwie merkwürdig vorkommen. Vielleicht würde einem das vorkommen wie die Saturnschleife. und, 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 ja? Nur mal so als Beispiel, ne? Da fallen dann mir vielleicht Dinge auf, die euch nie im Leben auffallen würden. Und die ihr auch als völlig unwichtig achtet, ja? Nur dann fällt das eben nicht auf, wenn man sich mit solchen Themen nie befasst hat. Versteht ihr? Und ich gehe sowieso davon aus, dass wir hier noch wesentlich krasser verarscht werden, als auch ich es mir nur im Entferntesten vorstelle. Und ich kann mir schon sehr viel vorstellen. Ja? Den Unterschied könnte man ja auch schon im Schwimmbad oder so sehen. Dafür muss man nicht mal mit Wäsche schlafen. Ja, genau. Da siehst du eigentlich auch schon einiges. Wobei du selbst da nicht wüsstest, ob die wirklich alle echt sind, ne? Ihr könnt ja durchaus auch. Wobei ich da einfach von ausgehe, dass je nachdem, wo du jetzt bist, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie in L.A. im Schwimmbad bist, oder wo du jetzt vielleicht, ja, dass halt eben schon da doch mehr Echte dabei ist, ne? Ja, wobei wir wissen ja noch nicht mal, ob hier überhaupt irgendjemand unecht ist, ja? Ich habe mir übrigens nochmal die Frage gestellt, zum Beispiel als Star, ne? Was Pjörn Höcke sieht vom Gesicht und Figur her wirklich sehr weiblich, beziehungsweise das andere Genoss. Ja, richtig, richtig Daten gerade. Ja, sehr gut. Ist er deswegen auch ursprünglich weiblich? Ich kann es nicht wissen. Ich weiß es nicht. Leute, ich habe mir mal wirklich eine Frage gestellt. Guckt mal hier, irgendwelche Hollywoodstars oder sowas. Jetzt stellt euch mal vor, das wäre ein Transgender oder was auch immer das ist, ne? So, jetzt ist da jemand, ein männlicher Hollywoodstar, der eigentlich mal ein Mädchen werden sollte, ursprünglich vielleicht, ne? Und steht jetzt auf einen Typ. Dann ist doch die Frage, ist er jetzt schwul? Das ist die Frage, ne? Hm. Oder lebt er einfach nur seine normale Sexualität aus, die ja dann noch normal wäre, wenn das eigentlich mal ein Mädchen werden sollte. Versteht ihr, was ich meine? Ich finde, das sind auch interessante Gedankengänge, die ich so zum Teil habe, ja? Und ich habe ja mal mit einigen gesprochen, ja? Und ich finde das Thema ja immer wieder interessant. Und jetzt auch so ganz normal im Real Life, ne? Ohne, dass jetzt jemand Hollywoodstar ist oder was. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Typ gesprochen. der dann auch irgendwann gesagt hat, okay, Transgender und bla, 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 ne? Und der sah aber auch wirklich von seinem Knochenbau her sehr, sehr feminin aus. Und da habe ich mir wirklich dieses, wenn Leute sagen, sie kommen, sie sind im falschen Körper zur Welt gekommen, ja? Da könnte viel mehr dran sein, als man denkt, ja? Und es könnte auch sein, dass das viel mehr Leute betrifft. Also jetzt aber dann auch wirklich, ja? Und stellt euch das doch mal vor. Stellt euch doch eigentlich vor, ihr solltet eigentlich ein Junge werden, aber seid als Mädchen da auf die Welt gekommen. Mit weiblichen Geschlechtsorganen, aber eben Knochenbau und Eis. Und euer Gehirn ist auch nicht wirklich, ne? Dementsprechend. Sondern auch passt eigentlich eher zu dem anderen dazu, ne? Und ihr merkt das einfach vielleicht euer Leben lang. Und eigentlich, ich habe mir das wirklich schon mal überlegt, wenn das dann gemacht wird, das ist ja eigentlich noch nicht mal, zumindest könnte man das so sehen, dass es ja noch nicht mal eine Geschlechtsumwandlung ist, sondern eher eine Geschlechtswiederherstellung sogar. Ja? Versteht ihr? Das sind auch so Gedanken, die ich schon hatte. Ja? Aber wie gesagt, Gedanken machen kann man sich da viel, ne? Also, und der ein oder andere von euch hat, hat einfach nicht so eine lebhafte Fantasie. Ja? Und andere Leute schreiben halt Romane oder was, ne? Science Fiction, oder sie haben halt eine lebhafte Fantasie, schreiben das nieder. Aber da würde man jetzt auch nicht unbedingt sagen, du bist jetzt verrückt, weil du einen Science Fiction Roman geschrieben hast. Ja? Ja. Alexander Wagant hat es ja letztens noch mal so schön gesagt, dumm. Was heißt dumm? Mit stumpfen Sinnen. Stumpfsinnig quasi. Ja? Interessant. Und dass auch jemand hochintelligent sein kann, aber trotzdem stumpfsinnig ist. Ja? Weil er einfach gewisse Sachen nicht wahrnimmt oder nicht wahrnehmen kann oder wie auch immer, weil die Sinne einfach stumpf sind. Und vielleicht sind bei mir diesbezüglich die Sinne halt etwas geschärfter. Und mir fällt halt irgendwas auf, wo andere Leute sagen, wenn man erst gar nicht weiß, wie normalerweise ein richtiges Vibe aussieht oder ein richtiger Mann, ja, wie soll man das dann überhaupt erkennen? Ne? Ist ja auch die Frage. Das hat man ja gar keinen, gar keinen Referenz. Ne? Okay. Wie gesagt, ich habe mich jetzt mitgeteilt, was mir halt so auffällt, was mir schon seit Jahren aufgefallen ist, ja. Wie gesagt, kann jeder anders sehen. Ich werde mich dafür rüten, da Tatsamenbehauptungen aufzustellen, denn ich weiß es nicht. Ganz einfach. Ich weiß es wirklich nicht. Und woher soll ich es denn wissen? Darüber kann man echt einen guten Hangout mit anderen machen. Ja, also ich, ganz ehrlich, ich, ich, ja, wie gesagt, ich habe da letztens, was heißt letztens, auch schon ein paar Wochen näher mit jemandem gequatscht oder so, den könnte ich da durchaus vielleicht mal reinnehmen oder so, ne, also, oder auch andere. Das wäre halt eben auch mal interessant, dann auch mal richtige Transgender und vor allem, die sich auch outen, da auch dann reinzunehmen, ne, und nicht nur irgendwelche Fake-Truther oder sowas, ne. Ich denke, Männer von heute sind eher verweichlicht, sitzen zu viel, trainieren zu wenig und machen sich für YouTube-Twitch hübsch, dann hat man auch einen sehr unmännlichen Körper, das ist, davon ist nicht die Rede. Davon ist nicht die Rede. Was ich, davon, was ich da rede, das ist fundamental. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit der Muskulatur zu tun, von was ich da rede. Nichts. Gar nichts. Ich rede von Knochenbauer. Ja? Und ich habe es jetzt auch oft genug gesagt. Skull and Bones. Davon rede ich. Ja? Damit meine ich jetzt nicht unbedingt die Geheimgesellschaft. Aber der Zusammenhang muss jetzt auch nicht völlig aus der Luft gegriffen sein. Deswegen fand ich es ja vorhin so geil, wo das da geschrieben wurde. Was ist das? Vielen Dank.